Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Eine Wiese scheint auf den ersten Blick nicht mehr als eine Ansammlung von Blumen und Gräsern. Wenn man aber genauer hinsieht, erkennt man, dass es in und unter einer Wiese nur so von Leben wimmelt. In diesem Video wollen wir uns das Ökosystem Wiese näher ansehen. Dabei beleuchten wir die Entstehung von Wiesen, die einzelnen Schichten und deren Bewohner, sowie den Zyklus der Mahd. Die allermeisten Wiesen in unseren Breiten sind Kulturlandschaften. Sie wurden von Menschen geschaffen und werden auch von ihnen erhalten. Die ersten Wiesen entstanden, als der Mensch begann, Vieh zu halten. Auf abgeholzten Waldflächen wuchsen Kräuter, die das Weidevieh genüsslich abgraste. Junge, aufkeimende Sträucher und Bäume wurden gefressen, noch bevor sie sich entwickeln konnten. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen. Sprechen 10 20 22 Vielen Dank.